Es wird Zeit für ein bisschen Sprit. Die Säulen sind leer und Elon hat eine Zeit. Es ist ja alles unglaublich. Bitteschön, danke. So, ich muss die Autos gleich zurücksetzen, glaube ich, weil hier geht ja aktuell gar nichts mehr. Hallo, ich bin da. So. Wieder den total überteuerten Sprit kaufen. Ach Gott, und jetzt hängt der nächste fest. Ach komm. Moment. Ich kläre das mal eben. Und dann hoffe ich natürlich, dass die Ja gut, die Tankfahrzeuge werden dann auch zurückgesetzt. Oh Gott, nee, da muss ich kurz warten, bis die fertig sind. Hier läuft es aber. So, der ist fertig. Der noch nicht. Komm, mach hin. Jetzt. Und go. Ja, bitte. So läuft das bei uns. Ja. Gut da. So. Wir gucken mal. Reifentechnisch sieht es ganz mies aus. Hm. So. Ich muss bestellen, bestellen, bestellen. Batterien. Zu teure Batterien. So. Recht damit. Der wartet ganz brav hier. So muss es sein. Sehr schön. Guten Tag. Wir sind ein guter Mitarbeiter. Und jetzt schauen wir mal, ob jetzt gleich wieder alles rund läuft. So wie es laufen soll. So, Landebahn 2 haben wir auch. Ist der schon gelandet? Ja. Mal schauen, ob wir da irgendwas zum Handeln haben für ihn. Denn wir brauchen unglaublich viele Sachen. Mach auf. Ja, ja. Ich gucke gleich. Warte. Äh. Die Dinger. Oh, ich habe nicht genug für ihn, glaube ich. Diese komischen Hüte. Wie sieht es denn aus? Gott. Der will Eis dafür. Der hat bestimmt Hunger. Doch. Ach, geh jetzt. Denkst du noch ein Eis oben drauf? Oder Schokolade. Eine Mandelschokolade war das ja. Junge, 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 Junge. So, Lieferung kommt. Für die Werkstatt. Da, 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 da. Ach, wie schön. Okay. Ja, Bugs, Bugs, Bugs. Das ist wirklich irre in dem Spiel. Okay. So. Der ist da hin. Da könnte man eigentlich auch eine zweite Werkstatt aufmachen. Gleich daneben. Die wird dann erweitert. Und dann bräuchte man halt zwei Leute. Na ja, mal schauen. Das kostet aber erst mal einen Haufen Geld. So. Zumindest funktioniert die blöde Waschanlage wieder. So. Sprach er. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay. Hier haben wir noch nichts. Auch nicht. Okay. Hm. Das ist alles ein Tohuwabohu. Die Garnen haben wir immer noch nicht, oder? Nee, haben wir nicht gerade. Wir brauchen die unbedingt. Mal gucken, wenn der Nächste die hat. Da müssen wir unbedingt zuschlagen. Da kam ja auch gerade einer. Warte mal. Hier gibt es noch mal ein paar andere Donuts heute. Oh. Alkohol. Gibt es hier noch was im Flughafen? Ja. Ach gut. Kann ich nicht reinpacken. Okay. Kann ich nicht reinpacken. So. Oh Gott. Die Brüllen sind schon wieder alle. Okay. Warte. Ja. So. Haben wir das auch. Sehr. Auch Hüte. Hüte. Nein. Geht da hin. Die Hüte sind da absolute Kassenschlager bei uns hinten. So. Rüber geht's. Da kam gerade wieder ein neues Opfer. Besser gesagt, da bin ich ja eigentlich immer das Opfer, wenn die Typen hier sind. Ich weiß. Oh, du willst. Oh, okay. Äh, warte mal. Den brauche ich. Wir nehmen mal davon so viele und davon so viele. Mal gucken, was du dafür haben willst. Hut. Kekse. Okay. Die ziehen einen hier ab. Ich sag halt euch. Auf jeden Fall. 7500. Ich kann schon wieder Sprit nachordern, hab ich gesehen. Und zwar Flughafen. Ey, das ist immer noch so teuer. Tankstelle auch nochmal. Wegen steht die Preisentwicklung. Oh Gott, oh Gott. Na ja. So, Waschanlage. Ich komme. I will come to you. Guten Tag. Ich geb das her. Wahrscheinlich läuft da irgendwie im Spiel immer irgendein Speicher voll oder irgendwas und das gibt dann irgendeinen Konflikt. Dann musst du halt neu laden und dann ist das wieder gelöscht. Dann geht's wieder. Bitteschön. Anders kann man sich das ja auch gar nicht erklären. So, ich brauch Spielzeug und Spielzeug. Spielzeug und Spielzeug. Genau. Pass mal auf. Lieferung. Produkte. Daddybärchen. Ey, das Zeug ist so teuer. Was hat denn das für eine Preisentwicklung? Der ist eigentlich noch ganz gut. Ich brauch ja auch Sachen zum Verhandeln. Ach, hier gibt's ja noch mehr. Oho. Okay. Äh, Alkohol. Oh, jetzt aber. Bring. Sehr gut. Kraftstoff kommt. Da, 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 da. Schon haben wir wieder nur 5, 5. Oh Gott. Und der an Werkstatt müsste aber, ja. Der Typ steht drin, ja. Elon, Elon, Elon. Bitteschön. Und du auch noch. Dein Bruder ist übrigens gerade zu Gast bei mir. So, da kommt der Nächste. Da, 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 da. Äh, hallo. Sehr schön. Komm, mach auf. Sieh bitte auf. Ja, ja. Moment. Ähm. Whisky. Ein guter Whisky. Und ein Champagner. Ein Weinchen. Und ein paar Brillen. Mal schauen. Wie's aussieht. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, du bist ja aber ehrlich. Haben wir wieder nur vom Teuersten gekauft. Ja, ja. Ja, ja. Ihr nehmt's mir ab. Ihr nehmt's mir ab. So, ich komme gleich zu Ihnen. Moment. Gleich bin ich da. So. Und. So. Da, 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 da. Also zu tun hast du ja echt immer. Äh, so. Das ist ja aber. So. Ach, wie schön. So. Für die Dame ein schönes Auto. Hallo. So. Da oben auch noch ein bisschen. Und hier noch ein bisschen. Und das war's doch schon, oder? Ja, ich weiß. Dankeschön. Ah. Alle zufrieden jetzt, ja? So. Wir platzieren den ganzen Wummels mal hier rein. So, dann ist das auch mal voll. Ja. Mehr haben wir nicht. Ja. Okay. Die Dinger auch wieder voll machen. Müsste eigentlich gleich auch wieder ein Partybus kommen. Okay. Das ist auch voll. Gut. Was haben wir hier noch? Okay. Da ein paar rein. Oh, hier haben wir auch noch Nachos, Machos. Okay. So. Die Zigarren haben wir immer noch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Junge, 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 Junge. Nein, geht da hin. Auch voll. So, dann machen wir das noch voll. Und der Rest hier rein. Zack. Junge, 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 Junge. Boah. Brrrr. Schön. 6.400. Naja. Aber die kommen alle gut ran. Ja, ist klar. Ist klar. Nur am Schimpfen. Ja, da auf zu schimpfen. Nein. Da war es auch nicht drin. Weiß gar nicht, was das ist. Rhabarbersaft oder was? Grünkohlsaft. Ja, der Räuchermännchen will es auch noch haben. Ist klar. Ist klar. Junge, 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 Junge. Ihr seid alle des Wahnsinns. So, schauen wir mal. Ist der neu oder dich? Oder war das der von eben? Der ist neu. Okay. Zack. Oh. Die kleinen Jaguarseses. Lüschjaguar. Ah, okay. Das ist gut. Dann nehmen wir noch ein bisschen was davon mit. Zigaretten vielleicht. Der Herr. Oh. So. Ja. Sehr gut. Ja, du musst halt immer sehr viel Aufhalde haben, dass du verhandeln kannst mit denen. Aber ich habe gar nicht so viel, habe ich gesehen. Warte mal, was will denn der nächste haben? Was haben wir denn hier? Der haut ab. Der hat dieses Schoko-Zeug. Der will diese dafür haben. Der will diese dafür haben. Ne, das ist aber... Was ist das hier? Traumfinger. Dieser Sirup. Okay. Ja, das ist auch alles nichts, was ich brauche. Den kann ich mal abmelden. Was haben wir denn hier alles noch schönes? Wir können mal gucken, ob ich den noch ausbauen kann, aber ich glaube nicht, ne? Weil diese, ähm... Und diese komischen... Wie heißen sie? Räuchermännchen und den ganzen Quatsch. Den sehe ich hier gar nicht. Stelle Level 2 ist klar. Wie kommt man da ran, hä? Das Lager-Upgrade bringt mir da gar nichts. Wahrscheinlich muss man einfach warten, bis sie kommen. Und das habe ich ja alles schon. Punktturm. Deutschland, Australien, Frankreich, Polen. Mexiko, Kanada. Ja, eigentlich kommt alles, ne? Es dauert halt nur ewig. Naja. Ist ja irre. Bestellen wir. Komm. Wir müssen... Irgendwas brauchen wir zu bestellen. Die wollte der ja haben zum Handeln. Dann nehmen wir das noch mit. Vielleicht können wir mal so richtig die Lager voll krachen. Aber... Wikinger-Dinger, die sind immer sehr beliebt hier. Die auch. Ein paar Brillen, da haben wir 19, 4, 11, 0, 10. Dann nehmen wir nochmal welche. Hier auch. Oh, hier ist was im Angebot. Okay. Quebec. Aus Quebec. 0, 0, 0. Und Spielzeugtechnisch, wie sieht es hier aus? Reizen. Waschanlage. So, Waschanlage. Das machen wir doch. Oh, das sieht toll aus. Also der Mülleimer jetzt nicht, aber das da hinten. So, ich bin da. Die Bims. Der Waschmann. Und der Waschbär. Oh, Flieger. Grüßt mir die Sonne. Gerne. 7.100. Na ja, gut. Wir haben ja jetzt einen Haufen Zeug gekauft. Was da gerade kommt. Sehr gut. Und Jungs, wie geht es euch hier? Alles gut, ne? Ihr feiert schön. Ja, ja. Ja, hoch die Tassen. Genau. Charlotte haut sich das Zeug rein. Schön. Und du? Du gönnst dir einen, ne? Ja. Ich bin so ein guter Arbeitgeber. Unglaublich. Kommen sie, kommen sie. Aber wenn der Maler das malert, dann hält das schon länger, ne? Habe ich so den Eindruck. Die haben sich vor Schichtbeginn, haben die sich noch einen reingeballert. Die sind mutig. Junge, Junge, Junge. Auf die Tür. Rein damit. Zack. Und. Nochmal. Boah. Tschüss. Da, 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 da. Na, das ist aber auch knapp. Ui, ui, ui. Ja, schön langsam, schön langsam um die Kurve. Ja, ja. Junge, Junge, Junge. So, wir haben zwei Flugzeuge. Hi. Komm her. Wo kommst du her? Oh, Germini. So, komm mal auf. Vielleicht hast du Nussknacker dabei. Aber ich glaube es nicht. Da, 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 du bist. Du musst das nachvollziehen. Ja. 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 Danke. Es war eine lange und schwierige Fliege. Mal gucken. Du willst das unbedingt haben? Okay. Und das. Ich habe nur einen davon. Okay. Ob ich... Nee, auch nicht. Ja, das ist mir klar. Nee, okay. Dankeschön. So, da bin ich auch schon. Jetzt haut sie ab. Ach Mensch, du Eule. Boah, die warten wirklich nicht lange. Das ist ein Druck. Also, wie ist sie? Wie ist sie? Nur Druck machen die Leute. Nur Druck. Dabei liebe ich doch das entspannte Spiel. Ach, komm. So. Ist das schön? Sie haben aber ein schönes Muster an. Ist ja sagenhaft. Jetzt werde ich fertig. Komm. Dankeschön. So, 8400. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn die Donuts alle gehen, kommt hier kein Polizist mehr her. So. Das Zeug da rein. Haben wir hier noch was? Ja. Bollo. Rein damit. Oh. Zack, zack. Nichts mehr. Das kommt da rein. So. Das sieht gut aus. Was willst du jetzt wieder für eine Brille? Runde. Ja, zack. Mensch, ey. Die Frau ist nur am Maulen. So. Nein. So. Ah ja. Haben wir hier was gekauft? Ja. Zack, hier ist noch alles voll. Bisschen Eis für alle. So. Ui, 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 ui. Das ist toll. Zack. So, auch wieder voll. Oh. Hier war eine nicht zufrieden mit dem Service. Hat wahrscheinlich Charlotte mit dem Besen ein bisschen, äh... Naja. So. Achso, wir wollten hier nochmal in die Werkstatt gucken, wie es hier aussieht. Reifen sind natürlich wieder alle. Oh, komm. Die Reifen. 20. Jetzt aber. Jetzt hauen wir mal richtig raus. Weiß, zu teuer, aber was willst du machen? Öl. Haben wir noch genug Batterien? So. Jetzt hat es aber Geld gekostet. Ja, ich habe nichts mehr. Aber es... Hier Rocky, es kommt gleich Nachschub. Keine Sorge. Es ist alles bestellt. Hier Rocky, bleib Locki. Mhm. So. Machen wir Ihnen auch das Auto schön hübsch hier. So, bitteschön. Hi, ist das toll. Hallo. So. Schauen Sie sich das mal an. Ist das toll? 7.100. So, da hinten kommt der Kram. Aber ich gehe erstmal noch schnell rüber. Bevor der wieder abhaut. Zack. Du bist ja... Du bist ja genügsam. Rum. Rum. Rum nehme ich immer. Da kommst du bei rum. So, das Zeug. Ja, das haben wir eigentlich selber noch. Aber ist egal. Und davon ein bisschen Premium-Tabak. Jawohl. Nehmen wir auch noch mit. So, du willst Tüte. Okay. Und das da. Und eine Brille dazu. Das sah ich dir. So, da hinten ist mein Zeug. Mein Werkstatt-Kram. Ich bin da. Hippi. Hiho. Aufmachen. 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 So. Tschüss. Jetzt knallen wir das gleiche richtig voll. Mal gucken, wie lange es reicht. Oh Gott, ist schon wieder leer. Hallo. Hallo. Jetzt kannst du wieder loslegen. Wie ein junger Gott. Sehr gut. Puh. Der kostet natürlich auch einen Haufen Geld. Aber. Der verdient ja auch genug. Der bringt ja noch genug ein in den Laden. So, wo willst du hin? Ja, schön. Da, 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 da. Ein schönes Auto. Zack. Fertig? Fertig, fertig. Okay. So, jetzt. 7, 8. Nicht mehr lange, dann gibt es eine ordentliche Waschanlage. Dann brauche ich hier nie wieder Spritzen. Ich meine, ich spritze gerne, aber irgendwann, nach dem tausendsten Auto bist du dann, ja, bist du dann auch mal durch. So. Da, 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 da. Hier ist ein Verkehr. Gehen wir hier gleich wieder rüber. So, was haben sie? Oh, Brasilien. Was hast denn du für mich? Okay. Ja, wenn du das sagst. Dann nehmen wir natürlich hier den Narizarro mit. Und ein paar Brillen. Unsere Leute stehen auf die Brillen. Boah. Deal. Ja, ich weiß. Und schon können wir wieder Sprit bestellen. Das ist ja hier. Kraftstoff immer noch so teuer. Ich könnte ja hier sowas von. Ah. Die wissen genau, dass wir es brauchen, ne? So. Hallo. Haben sie die tollen Donuts probiert? Boah, ich darf nicht von Donuts reden, sonst bin ich gleich wieder am Verhungern hier. So. Ähm. Wir hatten doch Hüte. Einen Haufen Hüte. Verbrillen. So. Zack, zack. Da ist noch voll. Hier hat man nichts. Genau. Dann haben wir hier Schwämmchen. Kriegst du voll die Schwämmchen hier? Nein. Und Eis. Junge, 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 Junge. So, wir brauchen definitiv Tonnen an Snacks. Sehr schön. Snacks. Ja. Snacks reißen sie uns gerade aus den Händen. Und zwar. Dann nehmen wir noch mit. Eis hat man ja beim letzten Mal gekauft. Hüte. Okay. Oh, das ist ja alles im Angebot. Okay. Sehr gut. Da nehmen wir auch gleich direkt nochmal welche mit. Und Spielzeug ist das im Angebot? Das da. Die schon wieder. Okay. So, schauen wir mal. Sehr gut. Dann gehen wir waschen. Und das nächste Flugzeug ist auch schon wieder im Ankommen. Oh. Tja, wo kriegt man dieses Räuchermännchen her und den ganzen anderen Quatsch da? Das ist ja echt irre. Aber wir haben ja alle Upgrades schon gekauft. Gerne, mein Freund. Halt, Kraftstoff. Ich bin da. Lass rein. Lass rein, mein Freund. So, jetzt kommt gleich einer. Es dauert halt ein bisschen. Ja, dein Zeug werde ich wohl nie kriegen. Ganz ehrlich. So. Oh, Partybus. Jawohl, da ist er. Jetzt kaufen die, wie die Bekloppten. So, guten Tag. Bitte öffnen. Danke. So. Was hast denn du alles? Oh, Braitzel. Braitzel. Dann haben wir Wodka. Oh, ich muss aufpassen. Okay. Okay. Na, jetzt geht's doch wieder ab. Das ist die Party des Tages. Oh, wir haben hier. Moment. Ich bin da. Du kannst ja auch die Lieferanten nicht so lange stehen lassen, weißt du? So. Tschüssi. Ist ja alle ausflippen hier. Jetzt kann ich aber nachordern hier. Voll. Voll. Die Blume backt da durch, siehst du. Voll. Ja. Gehen sie einfach durch. So. Oh. Die kaufen sogar Spielzeug. Die Party-Typen. Kommst du gar nicht hinterher mit dem Zeug reinstopfen hier. So. Da haben wir nichts mehr. Jawohl. Aber hier hatten wir doch Neues. Oh ja. Neues. Neues. Und Brillen. 3000 Brillen. So. Hüte. Alles aufgefüllt, oder? Ne. Eis noch. Okay. Oh. Jawohl. Jawohl. So. Da wäre noch ein Flieger. Ist der neu oder ist der mit per Woll gewaschen? Der ist neu. Okay. Oh. Uh. Ja. Da müssen wir mal gucken, was wir dafür irgendwie erreichen können hier jetzt. Und die hat ja richtig geiles Zeug. Oh. Das hat nichts gebracht. Auch nicht. Alter. Ja. Du bist sehr teuer. Du bist mega teuer. Immer noch so teuer hier. Ja, Mann. Oh. So. Müll ist voll. Da macht gerade keiner irgendwas. Die haben jetzt gar keine Zeit dafür, glaube ich. Gehen sie mal durch. Gehen sie mal durch. Wo ist denn mein anderer Mülleimer? Ach, hier. So, ich nehme das kurz mit. Meine Jungs hier ein bisschen unterstützen. So. Füße heben. Füße hoch. Der kommt flach. Ja, 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 ja. Moment. Können sie mal bitte kurz ihren... Ja, danke. Dankeschön. Auch Dankeschön. Junge, 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 Junge. Aber ist ja nicht schlecht, wenn die Tanke so beliebt ist, ne? Ich sag's ja nur. So, Füße, Füße, Füße. Danke, 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 danke. Geh damit. Geh damit. Ich will den Fisch haben. Der Fisch zwischen ihren Beinen. Dürfte ich den bitte kurz haben? Danke. Junge, Junge, Junge. So, Waschanlage. Aber wir nähern uns den 12.000, ne? Ganz gechillt. So. Sehr schön. Da staunst du, hä? Da staunst du, wie der Papa hier mit dem Ding rumwedelt. So. Äh, wo ist er? Elon, hier. Dankeschön. Das ist ein Gerase. Achso, der kommt auch grad hier, ja? So. Dann muss ich wahrscheinlich gleich nochmal in den Keller. Nochmal schön hier den Schredder machen. Mr. Schredder. 11.265. 11.3. Uh. Ah. Oh, schon vorbei. Ach, das ist ja doof. So. Da, 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 da. Uh. Rein ins Loch. Ja. Ja. Und tschüss. Das hatte ja, glaube ich, nur 5.000 gekostet, die Pumpe, ne? So. Das läuft rein. Sehr gut. Wir haben einen Flieger im, an, in der, ähm, Landephase. Ach, da ist er. Ist schon gelandet. 347 Liter. Okay. Oh, der nimmt gleich 133 davon wieder ab. So. Was willst du haben? Eis. Eis. Und du hast Kaffee dafür. Okay. Wir ziehen mal den hoch. Schauen mal, wie viel wir das jetzt hier... Oh Gott. So. Was denn? Bleib mal gechillt. Sage mal, hör doch mal auf. Du bist ein Gierlappen, bist du. Ja, du kannst dann, ne? Ja, ja. Unglaublich. Ah, guten Tag. Endlich mal vernünftige Kunden, die ja nicht über den Tisch ziehen, sondern 150 für so eine Autobäsche bezahlen. Die verrückten Mexikaner hier, da ist der Irre hier. Ja, die nehmen es einem wirklich ab. Ich bin nicht so. Ich nehme nur 150 für einmal Wagen abspritzen. Mehr nicht. Ich bin da genügsam. Oh, oh. Was ist denn hier los? Hat einer seinen Sack verloren. So. Wie sieht es hier aus? Oh Gott, oh Gott. Ich will gar nicht gucken, wie es hier aussieht. Oh. Nein. Hilft nicht. Hallo? So. Ich muss es leider so kaufen. Es nützt nichts. Landebahn 1. Ist gerade am kommen. Äh, sprittechnisch muss ich doch mal eben nochmal schauen. Wartet mal. Oh Gott. Wie sieht es denn aus? 2.25. Immer noch so teuer. Aber es fällt gerade. Wie spät haben wir es? 2.50. Okay. Da kann ich jetzt aktuell nicht viel dran ändern. Da muss ich nochmal warten. So. Der nächste bitte. Neuer Gast. Neue Runde. Zack. Oder? Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, ja, ja. So, Brotschips. Und die Dinger. So, du kriegst dafür einen Hut. Okay, 2 Hüte. Kriege ich noch einen Hut dazu? Nein. Kriegst du auch noch so einen Hut? Oder so einen Hut? Ja, doch. Jetzt. Ja, gerne. Vielen lieben Dank. Und da sind wir schon. Tada. So, ich könnte mir jetzt die Waschstraße leisten, Leute. Ich muss nur noch eben das hier abspritzen. Und dann gibt es was richtig Geiles. So. Oh, meine Teile kommen. Ich bin auch gleich da hinten. Moment. So. Gerne. Moment, ich werde das noch schnell abladen. Zack. Und tschüss. Oh, der glänzt ja wie ein Speckschwartchen. So. Du kriegst erst mal Reifen. Das hast du noch. Das hast du auch noch. Das hast du auch noch. Das auch. Sehr gut. So, pass auf. Jetzt. Nee. Zurück. Hör doch mal auf. Ja, Mann. Endlich. Hab ich Frieden. Da ist sie. Ah, vollautomatisch. Ist sie nicht wunderwunderschön? Hm? Und weil das alles so wunderschön ist, hinterlasst ihr bitte ein Like und ein Abo auf die Folge. Und da sehen wir uns wieder beim nächsten Mal beim Gas Station Simulator. Bis dann. Tschüss. Tschüss.